Also, Sie sind Unternehmer. Sie sind stets bemüht, Ihr Geschäft zu vermarkten. Leider fällt es Ihnen aber schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Wie schaffen Sie es also, mit neuen potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen, um Ihr Netzwerk zu stärken? Boom! Dafür gibt es die Wirtschaftsmesse B2D. Die Wirtschaftsmesse B2D ist eine branchenübergreifende Messe, bei der Dialoge im Mittelpunkt stehen. Die Wirtschaftsmesse B2D ist ein Treffpunkt für Unternehmer, um Ihr geschäftliches Netzwerk zu stärken und zu erweitern. Als Unternehmer werden Sie auf der Wirtschaftsmesse B2D ermuntert und auch ermutigt, mit anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen und dadurch auch neue Geschäftspartner zu gewinnen. Und wenn Sie gerade mal nicht im Gespräch mit anderen Unternehmern sind, können Sie die Connect-Module nutzen und sich zum Beispiel vor Ort vom Dialog Messe TV interviewen lassen. Diese Berichterstattungen werden dann auf der B2D-Webseite und auf allen Social-Media-Plattformen erscheinen und geben Ihnen weitere Möglichkeiten, sich zu präsentieren und Ihr Netzwerk zu erweitern. Die B2D-Messe bietet nicht nur eine Rundumbetreuung. Sie schafft es, dass Unternehmen branchenübergreifend Dialoge führen und somit zahlreiche Kontakte knüpfen. Und das ist echt cool! Wirtschaftsmesse B2D. Dialoge sind die Basis für das Business.